Willkommen zurück. Ich bin schon durch die Gegend gereist. Wir können quasi direkt einsteigen mit einem neuen Date. Will einsteigen. Ich will jetzt auch nicht mit der reden. Nein, möchte ich nicht. Okay. Ich möchte das nicht. Okay. Ich möchte nicht mit dir sprechen. Okay. Es verlangt mich nicht, mit dir zu kommunizieren. Das ist gut. Mit all den Farben und Lichtern. Ich werde wirklich blend in. Das ist schon bunteres an. Aber gut. Wir nehmen, was wir kriegen. Offensichtlich in diesem Spiel. Nein, nein. Es ist so geschnitten. Ja, ja. Mein Auge, Entschuldigung. Ich muss mal kurz entjucken. Ne, kratzen kann ich mein Auge ja nicht. Das ist schlecht. Das wäre ja nicht gut. Also kann ich schon. Ja, aber mal halt. Ja, zweimal sogar. Ja, aber mein ein Auge nur einmal. Das stimmt. Ach, ja. Philosophische Themen hier wieder. Technisch gesehen haben wir beide recht. Ja, das geht gut los. Wieder. Ja, das war gut. Ja. Hier, Herzchen links. Mach ich auch. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Mach doch. Deine Prioritäten sitzen. Na, mach doch. Am Anfang ist es nicht schlimm. Trotzdem nervt es mich. I worked hard for this. Ich möchte das hier machen. Versuche. Ja, aber das machen wir mit dem nächsten was wir machen kaputt. Nein, das bleibt jetzt so lange da bis wir voll haben. Da oben ist es aber, pfff. Ganz schön lila, ne? Oh, das ist nix. Ristekpe. Hier, Tränchen in der Mitte. Nach rechts. Oh, oh. Vielleicht... Leben wir doch noch. Vielleicht... lassen wir's lieber. Ja, komm, mach. Ist doch egal, dann sind die weg. Oh, gut. Noch ein Fünfer. Das bringt trotzdem ordentlich Punkte. Ja, aber jetzt ist das Spiel auch so... Komm. Hier, mach mal. Mach mal. Die beiden mega... Blubsis zusammen. Wenn was passiert. Ejakulation. Naja. Matze nutzt einfach Worte. Was? Weibliche Ejakulation existiert? Ja, und wissenschaftlich haben wir rausgefunden, woraus sie besteht. Jo, Pisse. Ja, basicly. I couldn't kill less. Naja, offensichtlich ja nicht, weil du hast es ja angesprochen, das Thema. Woraus sie besteht, ist mir egal. Ach so. Oh, war das gemein. Hast du mitbekommen, dass Donald Trump sich eine Prostituierte geholt haben und mit der auch in einem Hotelzimmer sich hat anpissen lassen? Und das Schlimmste... Das Schlimmste... Ich zitiere hier gerade eine total seriöse Zeitung. Ja. Äh... Michelle und... 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 Barak sollen danach auch schon nochmal in genau diesem Hotelbett geschlafen haben. Das ist unglaublich. Ich will gar nicht wissen, da ja nicht jede Matratze verbrannt wird nach einem Mal Use. In was ich schon allem geschlafen habe. Oder... So. Da waren wahrscheinlich alle körperflüssigen Geil. Nein, nein, nein. Die Leute, die vor mir in den Betten gelegen haben, die waren super sauber. Aber die haben auch alle direkt erstmal einen Neopräderzug angezogen. Ja, die wollen ja auch keinen mit... mit... Space-Aids anstecken oder so. Keine Ahnung. Oh, mach mal unten die Sexualität weg. Ja. Und dann... ist ein Dimmelchen da rechts. Mach ruhig erst das Herzchen. Das da nach rechts, genau. Genau. Ja. Da oben ist ein Tränchen. Und so rum. Da oben ist auch über... Space. Ja. Hm. 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 Wird mich besser, ne? Oh, doch. Oh, 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 oh. Ja. Und dann Space. Was? Dann was? Hier, Teddy Blume. Good luck. Good luck. Ist das der Nachname? Ne, der war lots of ass oder so. Hm. Hm. Da macht er zustimmende Geräusche. Hm. Hm. Ja, nur noch vier Moves. Hm. Ich weiß. Dafür kriegen wir drei. Ich mach mal erst mal das Entertain weg. Ellen. Ellen mein' ich. Oh Mann, ey. Was? Die Folgen müssen so... Da... Du... Also... Naja. Was? Nix. Wir sitzen hier und machen... Best commentary ever. Ja. Still a better love story than Twilight. Richtig. Naja. 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 Musst du da wieder übergehen. Not that I have known that. Äh. Well. Well... 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 Äh... So wie... Vor sich das war mein Plan. ja da ist noch ein tränchen 1 2 3 immerhin nach wo es alles nix ja dann fahre jetzt ein bisschen kann es entertain um so lieber oder er macht noch so war gut so hier ja jetzt kriegen wir das noch hin das schaffe ich bin so ich mal jetzt keine extra folge für den scheiß ok nein oder soll ich doch ich soll tschüss und